Hallo und herzlich willkommen zurück will ich hoffen denn das würde bedeuten ihr habt letztes mal zugesehen tut mir leid es hat lang gedauert bis ein neues video hier über scribble notes kommt und heute machen wir wieder wie ihr seht ich glaube ich habe aufgenommen ja ich nehme auf alles klar eine editor folge wir machen nur ein objekt aber das wird umso heftiger glaube ich es wird schwer weil sie so geschrieben ja aber ich glaube nicht dass du mal nicht nein da müssen wir improvisieren auf einer abriss nein dann mal das ist die vorlage einfach blonde wir machen wir machen einfach neu und dann können wir das will ein objekt um zu beginnen eine frau das ist eine frau aus dem mittelalter wir haben übrigens diesmal drei zuschauer bevor wir hochladen ich schwenke mal eben die kamera ganz komisch wir haben nämlich einen kleinen flecki und die michelle dabei ist er nicht süß aber der ist zurzeit viel zu der steht auf ratten der steht auf cheesecake ja naja ist so guck dir mal das bein von der tuse an was ist da denn passiert weiß ich nicht ich glaube es ist besser wenn wir doch lieber eine abrissbirne vorher machen oder oh guck mal die ist ganz kopflos da machst du eine abrissbirne drauf zurück nein das wäre lustig nein so interpretiere ich mal die salve neu ich hoffe doch es gibt eine abrissbirne oder ja natürlich hatten wir ja letztens ja eine abrissbirne aber die muss ja irgendwo dran schwingen dann brauchen wir noch eine kette ne also zehn minuten naja du stresser ja was war das brüssel wurm irgendwas das sind objekte anscheinend zwei seiten nur wir machen die abrissbirne mal ein bisschen kleiner das ist löschen schon ganz vergessen wie ich damit umzugehen habe hier da da ist es auch an der kugel das ist die bessere frage ja natürlich hält das das wirklich ja das hält wir brauchen noch eine frau nein stempel aber ich kann das auch noch kleiner machen macht er alles kleiner ja wo sind denn da sind menschen muss ich mit eigenen menschen zusammenbasteln hier gab es ganze menschen glaube ich da die frisur passt doch schon mal doch finde ich schon oder nicht jetzt wirst du aber das soll meine seite sein die anderen die anderen werden nachher sagen stimmt sie ist blond ja das ist meine seite das ist meine seite ist doch wir packen wir erstmal dahin brauchen wir noch ein arm noch das ist ein arm und beine sind hier ach das ist ein arm war noch mal wir nehmen lieber das das ist eine kartoffel das ist ein bein muss ja auch erstmal den oberkörper machen wo ist der oberkörper da so passt geht das ja weiß ich nicht den oberkörper nimmt er sofort hat er muss eine abrissbirne kleben so geht das ich muss ein bisschen auf den hund achten also nicht wundern ich habe ein hund hier ein unter wie geht wo ging das jetzt noch mal das geht doch da geht das auch auf nein das wird gleich voll gut ich sagte eben sie wird gleich noch eben eine rauchen ja heute ist glatt draußen ist auch kalt wir brauchen mal ärmchen wir sind gleich schon fertig ich gucke mal ärmchen waren da doch vorhin ein eine kartoffel warte kurz da ist ja noch ein ärmchen ja der ist sogar dunkler das sieht aus als ob er im grund ist weiter dahinter ja so sind das wirklich ja oder nicht ich bin mir gar nicht sicher wie kartoffeln sieht das aus ja nee das sind arme das ist kein touchscreen nein weiß ich habe ich auch gemerkt aber das geht doch eigentlich ich habe mich hier wieder weg denn den keine arme keine schokolade keine arme keine kekse meint das sieht so ein bisschen napoleon mäßig aus kann man den drehen drehen doch ja den musste ich einmal es ist passiert nicht so stimmt ach weil die größe was wofür die ganze zeit am liebsten an der auf die ratte los will böse und jetzt hat er jetzt hat er einen klumpfuß jetzt hören mich ja alle bei youtube wie ich mit dem hund schon bin das ist voll böse michael sag auch mal was guck mal die dicke das müsst ihr euch mal angucken wartet Sven ist ja noch gerade am basteln die dicke ratte lässt sich überhaupt nicht stören und der hund flippt hier voll aus ich glaube die ratte möchte den hund schon ein bisschen ärgern best friends forever und so wieder hingestellt ich weiß nicht ob das so richtig ist ich hoffe ich brauche mir irgendwie nicht weiter wir haben jetzt auch nur noch neun minuten oh man das fährst du auch in den harz ja der wird ja noch kleiner jetzt ist alles nein der muss den arm markieren dann geht das voll das monster jetzt hat er einen krüppelarm der muss noch ein bisschen größer das ist ein krüppelarm das ist ein t-rex so jetzt ist er gut ja das sieht tatsächlich gut aus das ist smiley cyrus wollen wir ihn auch so nennen äh sie so nennen und dann müssen wir das mal eben ausprobieren abriss für eine kopie nee smiley cyrus smiley cyrus sieht heute wunderschön aus ja also den drei der drei tage warte steht ja perfekt okay das gleiche so lassen wir das wir haben es ja jetzt gespeichert oder ne haben wir nicht wir sprechen aber jetzt mal gucken was passiert wenn ich das objekt in der welt erschaffe Miley's birne ne ja da ist er ne das funktioniert könntest du sie sogar bei steam reinsetzen ja könntest du geschenkt haben aber der ist ein bisschen klein geworden ne äh ah guck mal der hängt auch nirgends ohohohohoh ne Neine der Hund ist weg ohohoh gut, dass das nicht fleckige war wo hast du den Hund geklecht ey Miley geht voll ab man guck mal die ist voll böse da muss ich ja wieder in den berg bearbeiten modus ja die ratten da geht er drauf ab das stimmt zurück aus wenn das zu viel wird das ist jetzt der alte erschlag die fehler hat nicht funktioniert leider nicht ich glaube das müssen wir in der nächsten folge noch mal bearbeiten aber mal gucken also ihr make-up und ihr outfit das ist magnifique magnifique super der arme opa alter schiebst die leute erst mal weg ich bin gestorben ich gucke einmal kurz auf die uhr um die zeit im auge zu behalten du bringst maxwell um das ist so ein bisschen traurig die musik weiter zum glück nicht da ist sie wieder hallo julia hallo julia hallo julia wer ist julia kenne ich nicht guck mal der macht sit-ups mit seinem ball in der hand gut danke fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen ein daumen wäre schön ich habe auch einen ja komm einfach mal weiter rüber hier bin ich noch im bilde ich bin völlig im bilde jetzt habe ich den fahnen verloren steine doch nächstes mal wieder rein macht's gut oh ja ich habe einen abonnenten verloren er weint für dich er weint für mich ja ein tränchen tschüss 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 tschüss